Moin Leute, heute gibt es ein richtig geiles Experiment und zwar baue ich mit diesen Teilen hier eine ultra günstige Wärmepumpe und diese basiert auf dem elastokalorischen Effekt und ihr könnt diese ohne Probleme nachbauen. Ich filme das alles mit meiner Kamera und auch mit der Infrarotkamera und zeige euch dann live, wie das System funktioniert. Das ist wirklich abgefahren und ich fand es selber total cool. Ich glaube, das würde euch Spaß machen. Am Ende stelle ich euch noch die Arbeit einer Forschungsgruppe für intelligente Materialsysteme der Uni des Saarlandes vor. Die versuchen so ein System tatsächlich kommerziell nutzbar zu machen. Aber schauen wir uns erstmal das einfache System an, was wir vielleicht auch selber nachmachen können. Das ist echt ziemlich cool. Also passt auf, ich nehme diesen Ballon hier und zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich das Teil so richtig stark dehne. Also wirklich bis zur Reißgrenze quasi. Wir haben jetzt hier ungefähr 15 Grad Lufttemperatur und ihr seht, der Ballon wird richtig warm. Der geht also auf über 24 Grad hoch, also wird um circa 8 bis 9 Grad wärmer durch die Dehnung. Okay, so weit, so gut. Erstmal eigentlich gar nichts Besonderes, da ich ja durch das Ziehen einfach mechanische Energie hinzuführe, also zuführe. Und die ein Teil davon scheinbar in Wärme umgesetzt wird. Das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes in der Physik. Jetzt wird es aber spannend. Und zwar lasse ich jetzt den Ballon im gedehnten Zustand abkühlen. Und zwar auf ungefähr Zimmertemperatur. Jetzt nicht so ganz, damit das zu lange dauert, aber ich lasse den mal ordentlich abkühlen. Sagen wir mal auf 16 Grad ungefähr. Also ihr seht jetzt hier, dass er von 24 Grad auf grob 16 Grad abgekühlt ist. Und wichtig dabei ist, dass er noch dabei gedehnt bleibt. Also ich habe ihn immer noch unter Spannung. So und jetzt wird es halt krass. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Punkt. Ich lasse den Ballon jetzt praktisch los. Also ich dehne den nicht mehr. Und was jetzt passiert, ist sehr wichtig. Der Ballon kühlt sich ab und zwar deutlich unter die Zimmertemperatur. Also ihr seht, dass der dann nur noch 8 bis 9 Grad kalt ist. Und wenn man sich den Ballon jetzt tatsächlich mal so an die Backe hält, dann merkt man, dass der richtig, richtig kalt ist. Also das hat wirklich einen Kühleffekt. Ja, was ist da jetzt genau passiert? Am Anfang hat der Ballon praktisch in seiner Molekülstruktur einfach Energie gespeichert. Die Molekülketten des Ballons sind im entspannten Zuspann irgendwie ganz durcheinander und wild durcheinander gewürfelt. Seht ihr hier. Und ziehe ich den Ballon jetzt richtig stark auseinander, so ziehe ich die Molekülketten praktisch lang. Und die ordnen sich dadurch regelmäßiger an. Dabei wird Wärme frei und der Ballon hat seine gespeicherte Energie dann an das Zimmer abgegeben. Er hat dann also Energie in Form von Wärme abgegeben. Hat also tatsächlich insgesamt weniger Energie jetzt der Ballon. Und lasse ich den jetzt dann wieder in seinen Ursprungszustand zurück, so fallen die Molekülketten auch wieder in ihren Ursprungszustand. Und der Ballon hat ja bereits viel Energie abgegeben. Und dadurch fällt er dann wieder unter seine Ausgangstemperatur und kann wieder Wärme aufnehmen tatsächlich. Ja, und genau so kann ich Wärme transportieren oder Wärme pumpen. Und das ist eine Wärmepumpe. Ich zeige es euch jetzt aber nochmal im echten Experiment, damit ihr versteht, wie man so eine Wärmepumpe damit dann bauen würde. Und das ist auch nochmal sauspannend. Ja, wie genau macht man jetzt damit eine Wärmepumpe? Das zeige ich euch mit diesem Kasten hier und mit diesem Ballon hier. Der Kasten ist einfach ein relativ dichter Kasten aus Neopor, also aus einem gut dämmenden Material. Im Inneren habe ich dann einen Temperatursensor angebracht, der hier an diesen Arduino gekoppelt ist. Und die Temperatur per WLAN alle paar Sekunden an meine Datenbank geschickt. Damit können wir also die Temperatur im Inneren des Kastens überwachen. Der Kasten hat dann vorne eine ganz kleine Öffnung. Das könnt ihr hier sehen. Also da kann man sehen, dass hier so eine kleine Öffnung ist, wo gerade so der Ballon durchpasst. Alles klar, mein Ziel ist es jetzt, das Innere des Kastens abzukühlen und zwar nur mithilfe dieses Ballons. Jetzt werden natürlich ein paar Motzen. Das ist aber keine Wärmepumpe, sondern eine Kältemaschine. In dem Fall ist es tatsächlich so ziemlich dasselbe, weil ich jetzt hier Wärme aus dem Kasten quasi in mein Zimmer transportieren würde. Also wie rum ich das mache, das ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache in diesem Fall. Okay, fangen wir an. Ihr seht jetzt hier die Infrarotkamera, damit ihr sehen könnt, was der Ballon temperaturmäßig eigentlich so treibt. Unten rechts seht ihr die Temperatur im Inneren des Kastens. Und jetzt ziehe ich den Ballon lang und lasse ihn im gedehnten Zustand abkühlen. Dann lasse ich ihn wieder los und der Ballon kühlt dann wieder unter die Raumtemperatur ab. Den kalten Ballon stopfe ich jetzt in den Kasten und der Kasten kühlt sich daraufhin ab, wie ihr unten sehen könnt in der Grafik. Die Handschuhe, die ihr seht, die habe ich an, um den Ballon möglichst wenig mit meinen Händen aufzuwärmen, was natürlich auch ein Problem darstellen könnte in diesem Fall. Das Ganze nochmal von vorne und beim Herausziehen kommt natürlich nochmal warme Außenluft rein und die Temperatur zappelt dadurch etwas. Das kann man nicht verhindern, also mit dem einfachen Aufbau, den ich hier habe. Ich wiederhole den Prozess dann mehrere Male und ihr seht, wie jedes Mal die Temperatur sinkt. Ich pumpe so die Wärme, also in diesem Fall, aus dem Kasten in mein Zimmer tatsächlich, ja. Ich meine, der Kasten hat natürlich nicht viel Wärme, aber trotzdem, ihr seht, es funktioniert, er kühlt ab. Also es wäre quasi wie ein Kühlschrank. Der Kasten wird jetzt kälter und das Zimmer ein ganz klein wenig Wärme, also das ist dann praktisch eine kleine manuelle Wärmepumpe. Schon witzig, oder? Ja, kann man jetzt tatsächlich sowas auch kommerziell umsetzen und ja, witzigerweise arbeitet man daran und das geht. Der Ballon ist jetzt hier natürlich nicht die optimale Lösung, da er nach ein paar Zyklen praktisch hinüber ist. Also die Ketten reißen dann leider und dann, das hält nicht ewig, also man kann das nicht permanent machen. Aber eine Forschungsgruppe der Uni Saarland für intelligente Materialsysteme testet hier Materialien, die sich besser eignen. Und zwar sind das sogenannte Form-Gedächtnismaterialien. Zieht euch mal das Video hier rein. Hier seht ihr ein Experiment der Forscher und hier könnt ihr sehen, wie von der linken Seite Wärme zur rechten transportiert wird. Also einfach immer nur dehnen, wieder entspannen, dehnen, entspannen und das hin und her. Und so kann der quasi von dem linken Block zum rechten halt irgendwie Wärme transportieren. Ist schon irgendwie cool, oder? Ja, ich finde es echt eine spannende Sache und vielleicht mache ich auch nochmal eine Folge darüber. Mal sehen, momentan steht halt noch wahnsinnig viel anderes an, deswegen weiß ich es nicht genau. Alles klar, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und oder ein Abo da. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.